Da gibt es eine Restaurierung. So. Aufweg, oder? Aufweg, oder? Aufweg, oder? Steht nichts vom Plakatieren verboten. Ja, das gehört aber genau. Steht aber nicht drauf. Auf der Säule kommen wir schon. Die Säule nicht, oder? Nein, anscheinend muss es nicht draufstehen. Also muss es nicht mehr draufstehen. Seit neuestem schreiben wir auf Waschmaschinen, dass man Babys nicht drin waschen darf. Aber der Herr Aufklärer der verbrechenden Frauen in Österreich hat erkannt, dass man auch wenn nichts draufsteht, da nichts hinwinden darf. Na ja dann. Wir sind ja so froh, dass die Polizisten dabei so gut informiert sind. Dadurch sind wir ja so weit gekommen. Dann nehmen wir nächstes Mal ein Lack mit, oder? Weil Plakatieren und Besprühen sind zwei unterschiedliche Kriterien. Anscheinend ist Graffiti machen erlaubt. Ja. Wird halt ein bisschen schwerer, aber naja. Kriegen wir euch schon richtig hin. Die Gedanken sind frei, wer kann sie erraten? Sie fliegen vorbei wie nächtliche Schatten. Kein Mensch kann sie wissen, kein Jäger erschießen. Mit Pulver und Blei, die Gedanken sind frei. Mit Pulver und Blei, die Gedanken sind frei. Das, was nach dem Endes als Werbeträger beklebt wurde, ist wahrscheinlich gar das Draufpicken von Sachen erlaubt. Progress. Und sonst soll er mich mit dir anzeigen. Da braucht er zumindest eine, die speziell wichtige Straftat. Und das Land wieder vermieden. Wir sind ja wieder offen für den Klinikauf mit deinen Gehörten. Die Grenzen sind offen. Die Einzelfälle an der Gewaltbelegung, an der Klinikstelle und an der Klinikstelle holfen sich. Da finde ich es schon ganz gut, wenn die Salzburger Exekutive darauf achtet, dass auf einem Verteilerkasse, wo nicht draufsteht, dass man nicht plakatieren darf, nichts mit einem Malerband draufbitten kann. Ja, das ist echt krass. Die Gedanken sind frei. So heißt es schon lange, trotz Knechtschaft und Tyrannei. Wir waren nicht bange und konnten im Herzen stets lachen und scherzen. Und dachten dabei, die Gedanken sind frei. Und dachten dabei, die Gedanken sind frei. Das ist eine tolle Signalfarbe, damit kein Psoffener da gegen diesen Stempen rennt. Wie sind die Hygiene davon aus, dass es in irgendein sich kaut, weil jetzt, wo man ja wieder einen Stock länger schlafen darf in dem Land, wird das ja jetzt wahrscheinlich wieder von unten Menschen runtergeglänzt, oder wie gesagt, der Kopf hat auch nicht rennt. Und wie gesagt, das ist ja alles so. Das kann man ja auch noch. So, damit der Kopf sich wichtig aufregen kann, machen wir da jetzt einfach noch Aktionen. Wir haben ja da so viel lustige Zehnern. Nachdem ja schon einer auf 1 und das Unterwischer geklenkt hat, machen wir da einfach noch ein Zehnern. Was da oben steht. Was da oben steht. So. Verschmort muss ich wieder an. Scheibenwischer. Ja. Ja. Die Gedanken sind frei, so frei wie die Presse. Und denkst du, dass es anders sei? Dann gibts auf die Fresse. Sie wollen dich lenken, dein Wissen und Denken. Und vielleicht schon im nächsten Mai kommt die Gedankenpolizei. Denn ob sie AI oder NSA, sie liegen auf der Lauer. If you don't go the right way, ja, da werden sie sauer. Sie bringen sie zum Schwanken, deine eigenen Gedanken. Und du glaubst so nebenbei, die Gedanken wären frei. Und du glaubst so nebenbei, die Gedanken wären frei. Die Gedanken sind frei, solange sie nicht stören. Doch auf Verderb und Gedeih weißt du wem sie gehören. Monsanto und Banken und den Öllieferanten, den Algorithmen von Google. Besser gib dir die Kugel. Dann ist alles vorbei. Die Gedanken waren frei. Dann ist alles vorbei. Die geneigten Seher, also die 25 oder so, die sich dann so einen Spaziergang wieder anschauen. Die dürfen das natürlich gerne nachahmen. Werden sie natürlich nicht, ist mir schon klar. Aber die Option bestünde. Was man scheinbar in Salzburg darf, ist traditionelles Stiegelbier und Dosen und Zeug und Müll ins Grüne schmeißen. Und man darf scheinbar, weil es hier auch nicht draufsteht, bitte lass dich in den Pickern hinstecken. Das ist anscheinend in Ordnung. Sollten wir die Exekutive mal fragen, ob das passt. Aber nachdem ich ja quasi ein total gehorsamer... Das ist wieder so eine, die hat wieder einen Knicker von 1 und 2. An dieser Stelle, liebe Pickernproduzenten, macht's einmal was gescheit. So. Ich klebe nämlich nur auf den Aufkleber. Dann kann es nämlich nicht heißen, ich wäre so böse gewesen und hätte irgendwas beklebt, wo nicht draufsteht, dass wir es nicht bekleben dürfen. Ich habe ja nur den Aufkleber beklebt. So. Da klebt ja schon einer drauf. Das war anscheinend ja dann okay. Jetzt sind sie wieder übergeschafft. Ja, schade. Aber ich muss ihm zugute halten, er hat zumindest bitte geschafft. Und kann man tankend ablehnen. kann man ja, nachdem man ja anscheinend nicht leben darf, wenn man ja so viele Probleme in dem Land haben, ein bisschen alternativ auch rein. da passt das musikstück, die gedanken sind frei wieder, super dazu Das ist ein Wiener, glaubst du, sollte man dem zwei aufhören, weil bei denen herrscht ja die Pandemie noch hochgradig. domandisch mit der Leute So, ich hab's sogar noch heute Das ist ein Taunus, das passt natürlich. Einen Tartl wollte ich damals seinen Taunus abkaufen und am Tag davor, bevor er mir ihn geben wollte, der Falkopf war da her. Beängstigende Zeiten, ein Riss geht durchs Land Ein Spaltpilz schleicht sich ein, ein leises Gift Es körpert unsere Seele, vernebelt den Verstand Und lässt die still verzweifeln, die es trifft Lässt Freunde, Selbstfamilien, als Beziehungswracks zurück Das Virus ist nicht längst nur Medizin Wo Angst herrscht, lässt sich's führen, wohin immer sie dich wollen Du kannst dagegen kämpfen oder fliegen Das ist die Wanne, wo es das nicht auf die Windschutzscheiben klebt Weil es neben dem Auto gestanden ist, zum anderen Auto gegangen, damit sie es lesen kann Nachdem da hinten drin steht, dass er der Nachtwächter von Salzburg ist Und man dachte, der braucht den Zettel Die Italiener brauchen den nicht Wenn man dort dazukommt, riechen die Einbahn zu bleiben Du Böse, ich gut Du rechts, ich links So einfach mal, sie sich unsere Welt Wir sind verdammt zu glauben, was sie uns erzählen Denn schließlich haben wir sie gewählt Sie spielen mit Ängsten Sie drohen mit Manipulieren Sie steuern uns subtil zu ihrem Ziel Ach, nur Wiener, schau Dann werden die Zäune wieder steigen, wenn die aus dem Versäugnis kommen Das nennt man Pandemie-Flucht Und das plant die Menschen Wer aufmuckt, steht am Pranger Wird still, isoliert Zeigt ihr das bekannte Spiel Wir spielen nicht mehr mit Wir scheren jetzt aus Gebrauchen unseren eigenen Verstand Es geht um unser ganzes Land Ängstigende Zeiten Ein Riss geht durchs Land Wir sind nicht mehr bereit zu akzeptieren Dass ihr uns weiter spaltet In Gute und in Schlechte Denn damit können alle nur verlieren Wir spielen nicht mehr mit Wir scheren jetzt aus Gebrauchen unseren eigenen Verstand Das kann ich nämlich wieder aktualisieren Weil das sind nämlich nur die Und da draufsteht, dass es 800 Euro Das stimmt ja gar nicht Das sind ja Zwischenposten aus Unglaublich, wie die Zeit vergeht Und wenn ein Volk sitzen bleibt Wo es aufstehen sollte Dann passiert da auch nichts Es geht um unser ganzes Land Es geht um unser ganzes Land So, so schnell Jetzt sind wir wieder auf 75 Fädeln los Fädeln los Aber Die sind auf zweimal Die sind auf ein Der wird ja die mal ganz kurz geben Es ist unglaublich toll Dass der Roman seinen Haftteil Aufgrund der zivilrechtlichen Klage Eines Polizisten Ich hab's ja heute schon gesehen Die sind unglaublich scharf Vorschrift ist Vorschrift Die da hinter sich hat Da hab ich einen Gruppenassistenten Okay, da haben wir jetzt einen Tiroler Da gläschen sie Ich denke, ich brauchte bei einem Tiroler Ja gar keinen Zettel Unter den Wischer gehen Weil Der Freiheitskampf im Heiligen Land Hat sich ja einmal mehr Bei der letzten Wahl gezeigt Aber damit's nicht heiß Wie mit der rechten Spaltung Wir kriegen sogar die unnötigen Zettel von mir Ein Tiroler heutet gern was zum Sudan Und wenn's besser war Da konnte sie nicht mehr ins Sudan begeben Nein, nein, die haben alle Angstzwecks Diese tollen Lifte und hast du nicht gesehen Da, schau, halt, Moment Müsst du aber upgraden, nein Nein, das graden wir nicht ab Weil dann wird der da vorhin wieder total nervös Da ist eh ein Tod gegen die Schuhe Das ist so ein Plakadiernisverboten, oder? Ja Na ja, dann hab ich da jetzt einen total tollen Einfall Okay 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 Musik Keiner was gesagt. Ja, das ziehst du mir Fly an. Nein, ich will nur sagen, dass wir stets politisch korrekt sind. So haben wir wieder einen von den 300.000 Immungeschädigten. Wenn alle gleich sind und manche sind gleicher und das heißt, wir im Lockdown sind und unsere Politiker zu Leibes Leibes im Boxscherl wackeln, dann finden wir einfach eine Lücke und machen das so. Hey, grüß dich, alles gut? Ja, ja, das ist voll okay. Muss laufen. Und verbotenerweise, wenn man die auf eine Kasse, die nicht rauskommt und man nicht magandiert wird, nichts hinzufügen. Dann haben wir dann sofort wieder ein unabhängiger Geräte. Das nächste Mal nehme ich einen Langstift, weil ich nicht mehr so klein mache. Ja, das halt besser. Hey, Roman, Vorsicht, der ganze Karton Corona. Und gleich daneben eine chinesische Box, bitte schau dir das an. Das ist sicher Wuhan. So, gleich ins Sterilium baden gehen. Boah, Corona. Ja, die picken wir voreinander. Danke. Aber Nadine ist da? Nein. Das gibt es neue, ist vom Jahr raus? Mhm. Hält man statt? Ja. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020